Jetzt ist es aber schon wieder höchste Zeit. Was schenke ich denn in allerletzter Sekunde? Vielleicht ein bisschen Cash? Das Problem an Cash ist nur, man kann es nicht wirklich schön verpacken, aber auch dafür habe ich einen Trick. Und der kommt jetzt. Ihr habt also euren Geldschein. Dieser wird einmal in der Mitte halbiert und wieder aufgeklappt. Dann werden beide Kanten hineingeklappt. Dann wird das untere Ende ein Stückchen hinaufgeklappt und wieder hineingeklappt. Dann diagonal nach außen klappen. Eins, zwei. Das sind dann eure Hemdärmel. Dann klappt ihr den oberen Teil hinunter und beide Kragenenden hinein. Und jetzt wird alles halbiert und dann, ich zeige das vielleicht so, in die Kragenecken hineingeschoben und schon habt ihr das perfekte Hemd in Geldform. Jetzt könnt ihr natürlich das Ganze auch mit 10 Euro oder mit 100 Euro machen. Viel Spaß beim Nachmachen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!